The game doesn't live up to expectations as per contract penalty will be applied to your account. Naja toll. Aber es kommt ja trotzdem Kohle rein, also es... Naja. Small booth. Ich nehme wieder die medium booth. Okay. Decrypt message. Our agents have recently managed to borrow some research information. 46k is okay. Decrypt. Thank you for your business. Research vampire. Alles klar, dann wissen wir ja was jetzt kommt, oder? Cypher in Simulation is great. Level design seems to be quite important for this type of game, okay? So. Was ich ganz gerne machen würde Ist ein... Vampire. RPG. auf dem Play System. Mit unserem neuen Engine. Und... Das heißt ja... Ich mach... Hm. Es hieß es ist schwierig mit wenig Fans ähm... Medium Game zu entwickeln. Und ich glaub dabei lass ich's auch mal. Ich glaub das mal. Halt. Ähm. Hm. Hm. Ähm. Puh. Hm. Machen wir's einfach ganz kurz. Die Vampire Story 1. So. Start development. Okay, jetzt muss ich ja nicht die Dinger verteilen, weil... Brauchen wir nicht. Safe Game. Multiplayer RPG ist okay. Character progression ist ganz wichtig jetzt. Story Quest wichtig. Engine nicht so wichtig. So. So. Aber... Ich... Hau jetzt mal... Auch hier im Magazin sind Demos raus. Ja, das ist zu teuer noch für unser aktuelles Ding. Aber die 150.000 können wir uns schon leisten. Und danach wird's dann mal wieder Zeit für ein bisschen Research. Und ähm... Better Dialogues ist gut. Ähm. Wird's dann mal Zeit für ein... Ähm... Wenn das finanziell sich rentiert jetzt. Oh. Gang Convention. Sehr gut. Ähm. Dann wird's Zeit mal wieder zu forschen und ne neue Engine zu schreiben. Glaub ich. Und dann vielleicht machen wir noch mal ein Publisher Contract. So. Die Besucherzahlen sind ganz okay. Und... Wie viele mögen uns davon? Didn't make it in den Top 100. Ja... Das ist uns einfach nicht so gut bekommen. Ne? Mit den... World Design extrem wichtig. Graphic wichtig. Sound nicht so wichtig. Mit den... Äh... Mit dem Spiel. Dass ich da so... Daneben gelangte. Aber das da hier. Wie die hier die Punkt durch die Gegend fliegen. Damit bin ich voll zufrieden. So. High Power von 75. Das ist nicht schlecht. Und ich werde aber jetzt sofort klicken wenn's soweit ist. Und das Design ist richtig gut geworden. Und Technology passt auch. Research Punkte haben wir auch schon wieder. Vampire Story is ready. Ja. Bin ich sehr gespannt. Puhuhuhuhu. Wir sind hier überall schon relativ weit gelevelt. Susan Gonzalez. Noch ein Spiel. Dann levelt die wahrscheinlich auf Level 2 hoch. Das ist ganz gut. So. Game Review. First Reviews came in. Ich äh... Bin sehr aufgeregt. Neun. Neun. Sehr gut. Der Trend gefällt mir schon mal. Sieben. Kann man verkraften erstmal. Neun. Sehr schön. Neun, sieben, neun. Und äh... Neun, sieben, neun, sieben. Boah. Ist ein glatter Achter Schnitt. Das ist... Könnte schlimmer sein. So. Ich würde sagen... Ja, das hat ne... Dreiviertel Million... Also... 850.000. Ich mach mal selber den Game Report. Von der Vampire Story. Und hier machen wir mal Research. Und zwar... Machen wir hier bessere Artificial Intelligence bei ihm. Und bei ihr machen wir mal... Huh. Komm, der Stereo Sound ist auch schon... Ach, wir haben die Punkte nicht mehr. Hehe. Ähm... Popular. New Topics. Komm. Airplane. Start Research. Dann wird's wahrscheinlich mal wieder auf ne Simulation rauslaufen. Kann ich das noch machen, bevor das... Bevor das Popular weg ist hier? So. Vampire and RPG is great. Sound seems to be not very important. Das haben wir ja fast schon gewusst. Susan Gonzalez is still new to the team. A few... A few more games and the team will have higher potential. Das gefällt mir. Completed Airplane. Completed Better AI. Completed Better AI. Jetzt machen wir noch ein... Ähm... Schnell noch eine Airplane Simulation auf dem... PC. Für... Meister. Für die Erwachsenen. Auf der... Und das ist der... Airplane Simulator. Einfach nur schnell raushauen, weil es gerade popular ist und weil die Kombination auf jeden Fall funktioniert, denke ich mal. Weil... Flugsimulatoren sind einfach gut. Engine wichtig. Gameplay wichtig. Das völlig unwichtig. Multiplayer. Ich kann's mir leisten. Ich lass es drin. Character progression brauchen wir gar nicht, ne? Ähm... Multiplayer. Ja... Ja... Warum nicht? Branching Story brauchen wir auch nicht. Simple Cutscenes. Lass mal drin. So... Multi-Genre. Very nice. Werde ich demnächst raushauen, denke ich mal, die Forschung. So... Better Dialogs. Brauchen wir auch überhaupt nicht, denke ich mal. Dialoge gar nicht. Level Design und AI. Komm, ich mach mal. Einfach mal zu gucken, ob es wirklich wichtig ist. Ja, super. Jetzt sind natürlich die neuen Dinger weg. War ich nicht schnell genug. Also die New Topics, dass sie... Dass sie einen Boost kriegen. Wir haben einen Hype von 14. Open World brauche ich, glaube ich, auch nicht. World Design nicht so. Graphic and Sound. Sehr wichtig. So... Marketing. Komm. Hauen wir nochmal Demos raus. Vampire Story. Hat 1,1 Millionen gebracht. 1,2 fast. Sehr nice. Machen wir einen schönen Hype. Solange der noch weiter ansteigt. Ja, mit den ganzen Vegaser haben wir nichts gemacht. Kommt Bugs raus. Ob das der Hype schön oben bleibt. So. Und das sollte jetzt ja... ein relativ gutes Spiel sein, hoffe ich mal. Mit dem wir uns jetzt eine neue Engine zusammen finanzieren, hoffe ich. Oh... Graphic Sound. Ich kein Level Up. Sehr kein Level Up. Sie! Level Up. Sehr gut. So. Salary Increase. Ja. Ihr seid's gegönnt. Easter Eggs. Very nice. So. Research. Ähm... Wir haben nur 34 Research Points. Und Sequels. Machen wir mal Sequels und Level Editor. Für die neue Engine. Search. Level Editor. Game Review. Komm. Ein Flugsimulator kommt immer gut an. Quirky but good. Na ja. Okay. Hazards Moments. Nicht ganz schlecht. Gut. Das... Pfff. Ist halt blöd, dass das Ding jetzt dadurch nicht kommt. Ne. Simulation Works Well. Also der Bonus auf den Hype hier. Also auf den... Weil das angesagt wäre. Mach mal den Game Report. Und danach... Bau mal eine Engine. Und dann suchen wir uns einen neuen Contract. Huh. Completed Level Editor. Completed sequels. Industry News. Vani has announced a much anticipated successor. The Play System 2. Yup. Unlike the Dream Wars, the PlayStation 2 does not focus much on online play, but instead seems to focus on the strengths of a previous play system. A solid upgraded controller, including vibration function. Upgraded Graphics. Support for DVD Titles. 97. Na ja, gut. Und Rückwärtskompatibilität. Die ja oft sehr unterschätzt wird irgendwie, ne? So. Game Report. Airplane and Simulation is great. Engine is important. So. Huh. Jetzt schauen wir mal. Was gibt's denn für Publishing Deals? Law Not Research. Eine Law Simulation. Rhythm. Any Topic. Blubit Games. Any Topic. Aber Action. MinScore 7 schaffe ich nicht. Law Action. Law. Rhythm oder Law brauche ich noch. Puh. Hm. Any Topic und Action. Ich hab noch keine Action Games gemacht, ne? Puh. Develop Sequel. Das ist ja cool. Das ist ja richtig cool. Das ist ja richtig cool. Wolf Knights Sequel. Ich glaube ich baue mir dann erstmal ein eigenes Wolf Knights Sequel, wenn wir die neue Engine haben. Und zwar gehen wir dann auch direkt auf die neue. Level Dieter Better AI Day Night Cycle Open World Monosound. Ne. Ich mach direkt das Sequel. Ne. Ich mach direkt das Wolf Knights Sequel. So. Wolf Knights 2. So. Das lasse ich aber nach wie vor nicht als Medium Game. Also das lasse ich auf klein, auf dem Minigame quasi. Das Play System hat immer noch eine super Abdeckung. Mach ich auf dasselben Engine auch. So. Start Development. Mach mal genau so einfach wie wir das andere hatten. So. Engine ist nicht so wichtig. So. Branching Story nehmen wir wieder mit rein. Character Progression nehmen wir auch mit rein. So. Puh. Dream Wars from Vena has been one of the fastest selling consoles in history, but lately it seems that the anticipation of the upcoming Play System 2 releases is slowing down sales. So. Ich hoffe ich krieg jetzt Research Punkte mit denen ich dann noch eine etwas bessere Engine machen kann und dann wirklich für das Play System 2 anfangen kann zu entwickeln. Wär ja super. Dialoge sind ganz wichtig glaube ich. Bessere Dialoge sind noch wichtig. DIY. Ich mag sie nicht ganz auf Null setzen. So. Schon ein bisschen Hype. Apropos Hype. Weißt du. Soll ich es mal wagen eine halbe Million ins Ding zu setzen, weil das war ja eins unserer erfolgreichen Spiele. Machen wir jetzt auch ein Open World. So. Damit da richtig Hype bei rauskommt am Schluss. Mal. Das gehen die Leute bestimmt gut drauf ab. So. Airplane Simulator. Na ja gut immer eine halbe Million. Da ist unsere Kampagne quasi wieder reingeholt. Ha. Microsoft has announced. Micronoft. Entschuldigung. Today that they will enter the game console market with their very own gaming console, the M-Box. First demonstrations have been impressive, but we'll have to wait and see how it fares again the popular Dreamcast. Jo. Das wird schon hin und glaube ich. Sehr gut designed this game. So. Raus damit. Wolf Nights 2. Solide, aber nicht überragend von den Werten her. So. Bin ich aber gespannt. Graphic. Haben wir einen neuen Level. Ich habe ein Level Up. Sehr gut. Release Game. Kriege ich auch. Salary Increase. Reach a Level 5 for the character. Haben wir gerade gemacht. Sehr schön. Ja. Und ich kann das machen. Video Playback und 3D Graphics. So. Und die gute Dame geht jetzt in Vacation. Der geht auch in Vacation. Wir haben ja das Release gerade hinter uns gebracht. Und du machst ein. Ja. Game Report. Und wir haben die Reviews. Und die Engine ist glaube ich einfach wirklich schon zu schlecht. uleinköp. Oh Gott. Shoot. Mein schlechtestes Games. Diskantöp. Boing. The newest game in this year was met with below-average responses, yeah, below-average is good, ey. Was glaubst du selber nicht? Ich hab nur 20 Research-Punkte, 21. Puh, later this year's, ja, verzögert sich die M-Box. Sound seems to be not important. Topic-audience match is okay. Okay, we have some additional, we should try to focus the entire team on the development of this game, of the game. So, gut, jetzt machen wir hier nochmal Research auf... Ich hab nicht so viel Kohle. Hau mal Easter Eggs rein. So, und jetzt hier kann man Training nochmal machen. Puh, puh. Make me think, hopp. Kann ja nicht schaden. So. Und dann createn wir eine Custom Engine. So, Linear Story lasse ich inzwischen raus. Save Game, Multiplayer ist wichtig. Level Editor, AI, Open World, Day-Night-Cycle. So. Und wir machen, dass die... Ähm... In the engine V1... So. So. So.